Frau Führräder, Sie sind ein gern gesehener Gast da in der Ordination. Wir haben angefangen mit Metabolik und so weiter und jetzt kommen Sie mit dem Garten her. Und da haben wir geredet über den Smoothie, über die Zitronen und das Leinöl und so was man in der Frühe nimmt und Sie haben eine interessante, bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Also meine Haut ist fein und so zart wie bei einem Baby. Ihre Haut ist fein und zart wie bei einem Baby? Ja, im Gesicht, das ist offensichtlich, also das kommt sicher von dem Smoothie. Nein, unglaublich, das ist das Leinöl wahrscheinlich und die Antioxidantien. Darf ich das ein bisschen genauer filmen? Ja, selbstverständlich. Das ist wirklich so. Die Altersicht meiner Sicherheit noch. Nein. Der Teil da, der ist auch so glatt und so schön anzugreifen. Das ist fantastisch. Also der Smoothie hat einen nachweislichen Effekt auf die Zusammensetzung Ihrer Haut. Ja, hundertprozentig. Ist einfach, ist gesund, ist billig, ist super. Man hat viel weniger Hunger den ganzen Tag. Also das habe ich auch. Das ist richtig, das geht mir auch so. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben mehr Energie, gell? Viel mehr Energie. Und ich habe so eine Freude vom ganzen Tag, ich habe so eine Freude am Leben. Das ist einfach ein Wahnsinn. Toll. Das kommt von dem. Nur vom Essen? Nur? Ja, das ist sicher so. Okay, also Sie können den empfehlen? Ja, sehr. Ja. Super, danke.